Ab sofort ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung liegt in Köln. Die Wohnung wurde 1994 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 83 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 700 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017